Meine Damen und Herren, von Bentley habe ich Ihnen heute eine Weltpremiere mitgebracht. Ein Automobil der Superlative, ausgestattet mit den edelsten Materialien und mehr als 320 Kilometer pro Stunde schnell. Meine Damen und Herren, der neue Bentley Flying Spur. Ja, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass unsere Designer Luxus und Power und Performance auf der anderen Seite in eine wirklich perfekte Form gebracht haben. Die Front besticht durch seine breitere, selbstbewusste Art und Darstellung. Sie sehen die fein und präzis ausgearbeiteten Linien auf der Seite und die weich geschwungenen Formen im Heck. All das unterstreicht die Eleganz und die Power dieses Fahrzeugs. Die Karosserie und das Fahrwerk dieses Fahrzeugs haben wir komplett überarbeitet, sodass der Flying Spur jetzt noch komfortabler ist. Der ist steifer und 50 Kilogramm leichter aufgrund eines sehr intelligenten Mixes verschiedener Materialien. Ja, und bei Bentley schaut man ganz bestimmt auch in das Interieur. Das möchte ich mit Ihnen gemeinsam mal tun. Das ist der pure Luxus. Es sind handgearbeitete Hölzer und Leder. Und diese verwöhnen die Insassen wirklich mit dem Öffnen der Tür. Dieser Luxus ist beim neuen Flying Spur kombiniert mit zukunftsweisender Kommunikationstechnologie. Und ich möchte Ihnen das gerne mal zeigen. Ich öffne mal die Tür. Guten Abend. Das ist eine junge Dame, die entnimmt eine Fernbedienung aus der Halterung und steuert damit den Bildschirm direkt vor ihr. Und Sie sehen, die geht jetzt durch ein Menü durch und geht jetzt ins Internet. Das ist bequem und sicher, weil sie muss sich nicht aus dem Sitz lehnen. Und sie kann damit nicht nur ins Internet, sie kann damit auch verschiedenste Funktionen des Fahrzeugs steuern. Beispielsweise die Air Condition oder aber auch auf das Navigationssystem zugreifen und Multimedia-Filme bedienen. All das ist möglich. Vielen Dank. Ja, und wenn Sie es noch ein wenig einfacher haben wollen, dann können Sie eine App aus dem Internet herunterladen, und zwar auf Ihr Smartphone. Sie sehen, dann haben Sie die gleiche Möglichkeit. und dann nehmen Sie einfach Ihr Smartphone und bedienen genauso, wie Sie es eben getan hat, diese verschiedenen Funktionen des Fahrzeugs. Bei Bentley, da sind wir sicher, dass die Zukunft nicht Zukunft ist, sondern bereits Gegenwart. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.